Und Charlie, welcher Eintuch hast du? Ich als CAW-Mitglied sage schon, dass manche übel aussieht. Ich glaube, es gibt eine Katastrophe. Gibt. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich danke, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich bin dir von einem, der die Oh, ich soll mal noch filmen können. Wir stellen uns ja auch nicht ins Wasser hinein. Wo ist dann eigentlich England? Wie wir her sollen, kommen die. Guck mal, was ich habe. Für alle Stück. Vielleicht habe ich sogar meine Sockschere dabei. So, ich muss abreißen. Das ist der Tocchibell. Wie heißt der Tocchibell? So, Dammel. Einfach hoch. Nein. Auf mehr. Ja, ich fang jetzt hier auf. Der Sumerdorf guckt da noch einen Meter raus. Starke Missionen. Das sieht so aus, ja. Warte mal. Warte mal. Hm. Charlie kennt keine Rücksicht. Charlie geht. Urwaldpfade. Damm übergegangen. Warte mal. 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 Stopp. Der Ökologie-Professor Charlie zeigt einen kleinen Einblick in seine Forschungsarbeiten. Es ist schlicht die gemeine Butterblume, Buterius knarratis, genannt als Urvieh, vor dem sauren Regen. Und nun die Auswucherung nach dem sauren Regen. Erschütternd, Herr Professor, erschütternd. Der Wind tut gut. Das ist die E-Mail. Gut, gut. Wie wollen wir es? Willen wir es filmen? Wie ein Hochwasser für die Katastrophenhäuser für uns 2? Ja, das ist der Plan. Gut, bitte noch. All gut, gut, gar nicht schlecht wie das geht.